So Leute, damit wieder ein herzliches Willkommen. Damit habt ihr jetzt vielleicht nicht gerechnet, ich eigentlich auch nicht, hab mir aber gedacht, ich helfe ja immer, wir wollen ja immer schauen, dass wir immer irgendwie zu diesem Weg finden, wie wir da diese drei Sterne, das war einfach eine blöde Idee von mir, dass ich sag, na, mach mal Stoney und dieses, na, Klammer Schelle in die Vergangenheit. Wie ich gesagt hab, ich zeig's euch einfach, beziehungsweise wie gehen das so lange durch, bis wir bei denjenigen Missionen immer die drei Sterne haben, dass wir das erreichen und so das Ganze. Und, dass wir das halt wirklich durchgehen, das passt ja eigentlich einfach nur so, macht's wichtig, dass wir das so gut und dass ihr das vielleicht dann auch so seht. Jetzt gewiss, ähm, beziehungsweise ich erklär's euch mal, es gibt auch Solo-Missionen. Ich hab die anderen schon mal ins Team reingehaut. Das ist einmal der Cap und einmal der Hulk. Die sind schon mal im Team, Level 6. Ja. Wenn sie es nicht benutzt, benutzt sie es nicht. Deshalb, ähm, so, Spidey, Spidey ist ja eigentlich eh wurscht. Spidey, das haben wir sogar schon 55. Ich hab mir noch Deadpool drin gelassen. Deadpool hab ich mir noch drin gelassen, weil wir sicher auch noch, ja, definitiv einen sehr starken brauchen in dem Team. Und, ja, wenn ich mal gesagt hab, picken wir mal mit Spidey, dann gehen wir mal vielleicht das Ecke durch. Im Video sowieso, vielleicht machen wir da mal die Solo-Abenteuer mal zum Schluss, damit die wenigstens dann auch schon mal, ja, gewisses Level haben. Na gut, schauen wir uns einmal die erste Solo-Mission mal an. Definitiv, wie Sieger für über 40 Gegner hat, pipapo. Sollte vielleicht ja gar nicht so schwer sein. Kann vielleicht sein, dass ich hier irgendwie einen kurzen Aussetzer hab. Weiß nicht. Dann schon mal ein, der vorher einfach aufgestanden hat, dann schon ein Halsschmerz. Das ist... Und dann, was? Noch mit meinem geliebten Lidl-Zitronenwasser draufdrücken, damit das schon brennt. Damit der Virus gleich noch heftiger reinwirkt. Und dann, was ich hier nicht weiß, ist das super. Wenn das geschissen ist, dann muss ich nicht so viel reden, oder Gott? Das ist ganz einfach. Egal. Egal. Also, kann sein, dass man, wenn es vielleicht ein bisschen stiller wird, dass ich oft, dass ich jetzt, aber dann, aber oft zum Schluss beginnt. Schöne Doppeltrücken. Schöne Doppeltrücken. Schöne Doppeltrücken. Also, da machen wir definitiv mal keines am Aus, sondern tun von den Hubsen, die bestrehe rumschießen. Und letztens. Das machen wir da überhaupt gar nicht so an. Also muss ich wieder exerciben? Uiuiuiui. Also das ist fast eine kleine Mission allein, Alter. Du bist nahisch. Uiuiui. Ich hab mir gedacht hab, du wirst vielleicht nur einen Bereich haben, wo du sogar das selber machst. Aber dann musst du dafür schon was leisten, damit es das Gewandeln geht. Ich bin eh gespannt. Weil man kann so vieles bei Spidey machen mit dem Gewandeln. Was dabei auszukommen könnte. Ah, da kann man vor. Da kann man definitiv viel draus machen. Ich weiß, ähm... Ich sag's auch immer schon mal vorhin an. Es wird jetzt leider allzu viel mehr klar. Über die Freude. Na guck mal. Jetzt ist es natürlich ein bisschen langweiliger. Jetzt kann man dann halt... Haaaa... Es wird ein bisschen stiller mit dem auch noch Geriede. Aber... Es hat zwar nicht Bs, aber... Ich dachte, da musst du ja... Da musst du ja noch reden gehen. Und dann, äh... Freude. Da gibt's ja auch noch genug Missionen und dann... Da gibt's ja auch noch genug Missionen. Da gibt's ja auch noch genug Missionen. Ganz ehrlich. Was willst du denn da noch reden? Ganz ehrlich. Was willst du denn da noch reden? Was willst du denn da noch reden? Was willst du denn da noch reden? Oh. Schön, muss ich aufhauen wiederumme. Na moin. Haha. Also einmal Fotos, was wir Spidey machen. Oh. Diese Dinger können schon einen sehen. Jetzt weiß ich auch, wieso die schöne Zeit dabei ist. Schon schön, gell? Ah ja. Wichser. Na komm wieder. Na moin. Oh. Er ist der Ur-Wichser, Alter. Voll der Ur-Wichser, Alter. Hm. Du kriegst doch nicht einmal durch. Geht sie. Ein bisschen Sperma. Ein Wahnsinn. Aber nicht das. Ganz gut. Ganz gut. Oh. Wird's jetzt ein bisschen was Heftigeres, oder was? Nein. Geht. Fliegst du. Genau. Genau. Wie ist da. Alter. Du bist fertig und dann guckst du so. Scheiße. Immer dazu. Super. Super. Oh. Ja. Das ist ein bisschen was. Das ist ein bisschen was. Das ist ein bisschen Schiff. Vor allem, wenn du gerade landest. Super. Komm, 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 komm. Ja. Schön. Du bist fertig. Fertiger. Der hat mir wohnt. Geht bis dann. Alter. Eieieieieiei. Ich hoffe, er wird jetzt nicht mehr. Was hat gesagt. Was hat gesagt. Was hat gesagt. Oh. Er gibt. Er macht keine Passes. Schiss. Da ist. Das hat mir. Ha. Nein. Noch nicht. Noch nicht. Noch nicht. Bitte schön. Oh. Mission geschafft. Komm schon. Zeit. Um. Zeigt Zeit her. Alter. Alter. Was? Okay, ich muss wirklich sagen, ich bin da überrascht, ja. Ich bin wirklich überrascht. Ich bin definitiv überrascht, vielleicht weil ich da auch am Anfang ein bisschen gezögert habe und so das Ganze. Ich weiß nicht, dass ich das so machen kann. Oder weil ich die Scheiße weggemacht habe. So, dann schieben wir das mal, dass wir dann halt vielleicht doch auf allzu Städte schnell gemacht haben. Weil, das ist ja doch was anderes, wenn man zum Bereich hingeht und einfach so zack 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 zack. Und in einem Büch und man hat nur den Bereich, das ist ja doch viel einfacher, wenn man da auf Zeit kämpft, sagen wir es so. Und wenn man da, von einer nach B und so das Ganze. Ja. Ich dachte, man muss das Heftige jetzt halt. Das darf nur nix, das darf uns nur nix sofort stoppen. Das ist wichtig. Ich muss da vielleicht ein bisschen drauf achten. Ich habe da noch ein Level-Up-Bahn noch dazu. Damit wir noch ein kleines bisschen stärker werden. Das wird das. Ich glaube, das ist sowas von. Ich glaube das soll es gewesen sein, aber ich muss schon wieder wahren, auf schnell, schnell. Ich hoffe, dass diesmal was wird. Immer! Ich hasse das auf Zeit, ich hasse sowas auf Zeit. Nein, du Hurensohn, Alter! Wieso schießt denn du da immer so treffend her? Gibt's ja nicht. Boah! Geh gleich im Haus, oder? Sooo, komm, 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 komm! Perfekt! Okay, da geht's. Weißt du, normalerweise sollte ich eigentlich nichts gegen mich machen können. Nichts! Alter! Du bist leider 55, äh, äh, 57! Dann machen wir nicht so welche vierte, oder? Das ist der Merz ja eigentlich. Ne, das darf ich nicht machen, aber das ist der Merz ja. Oh, komm, 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 komm. Sooo, aaah, vom Weiten, das ist so mies. Oh, komm, 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 komm. Das ist nur Zeitverschwendung gewesen. Nur Zeitverschwendung. Jetzt, fuck! Boah! Bast. Bin wieder zufrieden. Bin wieder zufrieden. Alles getailed. Wie wär nix gewesen. Ach, der Scheiß. Egal, gleich mal. Wuh, schön. Geil, mal hardcore aggressiv werden, dann schon bei der ersten Runde. Geil. Geil. Kommt ganz gut an. Passt. So, dann haben wir sich schon mal... Ja, komm, sagen wir mal. Oder schauen wir uns gerne mal die... Ja, schauen wir uns gerne mal das an, was wir wieder gekriegt haben. So. Haben wir da überhaupt eigentlich sogar... Warte. Das darf da auch... Ne, 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 das nicht. Haha. Agh. 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 Das war's für heute.